Ich nehme euch jetzt mit zum Aufräumen. Ich zeige euch, wie es jetzt ausschaut. Und ich habe mir für heute viel vorgenommen, weil ich mich wirklich unwohl fühle. Ich bin sehr unzufrieden gerade. Bei mir sammelt sich einfach schnell Chaos an. Ich weiß nicht, ob ich dafür irgendwie ein Magnet habe oder so, keine Ahnung. Aber das Chaos nervt mich und ich möchte aufräumen. Das Video, das ich gestern hochgeladen habe, ist schon ein bisschen älter. Ich habe noch ein bisschen länger gebraucht, um es auch wirklich hochzuladen. Die Bilder sind schon vor längerer Zeit entstanden. Seitdem habe ich immer wieder versucht, Ordnung herzustellen. Habe es nur vorübergehend geschafft oder auch nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Und es macht eine große Unzufriedenheit in mir und ich bin so viel am Aufräumen. Also auf meiner To-Do-Liste steht eigentlich jeden Tag Aufräumen. Und trotzdem schaffe ich es aber nicht, die Ordnung herzustellen, die ich mir zurzeit wünsche. Sonst war es mir egal. Sonst war ich viel unordentlicher als jetzt, beziehungsweise nicht unordentlicher. Aber da war es mir halt einfach mehr egal. Und mittlerweile wünsche ich mir die Ordnung. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es hier bei mir ausschaut gerade. Und ja, dann zeige ich euch, was ich geschafft habe aufzuräumen. Ich hoffe, dass ich viel schaffe. Und ich denke, durch dieses Video motiviere ich mich nochmal mehr aufzuräumen. Das Wohnzimmer. Unordentliche Decken. Das ist, wenn man einmal auf der Couch ist, alles unordentlich. Papierkram, was gesucht, alles auseinandergerissen. Hier geht es noch einigermaßen. Das sah schon schlimmer aus. Hier oben ist ja ziemlich ordentlich geworden. Aber es stehen halt doch noch überall ein paar Sachen rum, liegen rum. Klamotten überall. Auf dem Boden liegt Papier, Zeugs. Überall liegt was rum, was da eigentlich nicht hingehört. Hier sind ziemlich viele Klamotten, die mal wieder aufgeräumt gehören. Hier so. Klamottenberg, überall, überall, überall. Das ist das Problem mit vielen Klamotten. Aber das kriege ich heute dann aufgeräumt. Hier geht es noch. Die Teller habe ich gerade rausgestellt. Und zwar habe ich jetzt das System, Raum für Raum hier vorzunehmen. Wenn ich jetzt den Raum hier vornehme und ich finde da zum Beispiel ein Duschgel, dann stelle ich das erstmal vor die Tür. Oder hier das hole ich ins Schlafzimmer und in die Küche. Dann lege ich das hier erstmal stapelweise vor die Tür. Hier Küche, hier Bad, hier Schlafzimmer oder was. So gehe ich in allen Räumen vor und dann räume ich das dann in den jeweiligen Raum. Ja. Machen wir es kurz ins Tierzimmer. Hier könnte heute mal wieder der Boden gemacht werden. Und von Lebensmitteln, was schlecht ist, weggeschnitten werden, dass sie auch gut bleiben. Ansonsten hier habe ich schon Platz gekriegt. Die Sachen sind aber leider nicht alle verkauft oder verschenkt oder sonst was, sondern sind Kleidertauschparty oder halt wieder irgendwo anders verstaut. Die Küche ist mein Problemkind Nummer 1. Die Spülmaschine. Es schaut unordentlich aus, wenn die auf ist, aber da bin ich gerade dabei, die zu befüllen. Ansonsten muss ich heute auf jeden Fall noch spülen. Hat sich wieder angesammelt, weil ich am Wochenende viel gearbeitet habe. Der Tisch ist sogar fast noch frei. Und hier hatte ich ja gestern die Fläche frei, um Pizza zu machen. Es sieht jetzt voll aus, aber die Sachen sind schnell weggeräumt. Spülmaschine, abwischen und aufräumen, spülen, wegräumen, wegräumen. Also das geht relativ schnell. Ja, hier gerade Riesenmülleimer. Okay, das geht. Das ist machbar. Hier liegen halt überall noch Sachen drum, was auf den Dachboden kommt. Oder mit ins Auto Taschen zum Einkaufen. Hier noch Lebensmittel, die ich aufräumen muss. Und ja, Bart geht eigentlich auch gerade. Da ist noch das Problem, nee, ist mein Shampoo ausgelaufen, als ich auf Reisen war. Und jetzt ist das hier drin dreckig und das wollte ich jetzt richtig aussprühen, bevor ich es wieder neu befülle. Deswegen liegen da hinten viele Sachen rum. Und hier halt die ganzen Sachen, die hätte ich hier eigentlich nicht stehen, die hätte ich eigentlich, hallo, hätte ich eigentlich in diesem, ihr wisst schon. So, jetzt geht's ans Aufräumen. Ich zeige euch jetzt mein Papier-Aufräumsystem. Und zwar habe ich das hier in verschiedene Stapel gemacht. Das ist so für mich so der Handlungsstapel. Das heißt, es muss irgendwo anders hingeräumt werden, auf den Dachboden verstauen. Das ist von einem Spiel was. Bedienanleitung von der Kamera, die ich da gerade habe. Hier habe ich Samen, die ich noch anpflanzen möchte. Das erfordert also eine Handlung. Die Sachen kann ich wegschmeißen, die habe ich gerade aussortiert, die werden nicht mehr gebraucht. Jetzt gucke ich auf den Handlungsstapel. Das sind Sachen, die ich im Ordner abheften muss. Und das sind Sachen, wo ich mal gucke, was ich mitmache. Die werde ich erstmal hier oben drauflegen und dann die nächsten paar Tage nochmal aussortieren. Genauso wie das Ding da an sich, weil da ist keinerlei Ordnung mehr drin. Das kommt dann, wenn ich hier den Schreibtisch ausmiste. Der ist nämlich auch die nächsten paar Tage mal dran. Und jetzt werde ich hier erstmal das Papierzeugs aufräumen. Und dann, ihr seht ja vielleicht schon, die Couch habe ich schon geschafft jetzt. Dann ist der Raum erstmal ziemlich fertig oder überarbeitet. In, was, nur eine Viertelstunde? 20 Minuten habe ich jetzt gebraucht. Das ging eigentlich schneller als gedacht. Wenn man sich mal richtig dran hält und sie nicht ständig ablenkt, dann kann das sogar mal funktionieren. Ja. Und übrigens, ich trenne hier immer. Aus dem Briefkuvert tue ich hier diese Fenster raus trennen, weil ich es falsch finde, das in einen Müll zu schmeißen, weil das hier einmal Plastik ist und einmal Papier. Und Recycling ist wichtig, ne? Also, ich mache mir die paar Sekunden Mühe und trenne das raus der Umweltbedürfe. Schön wäre es, wenn man einfach... Oh, es hat funktioniert! Alles ist weg! Einfach so... Pst! Und dann hat's geklappt! Pst! 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 Das Schlafzimmer schaut jetzt so aus. Ich erinnere hier an die ganzen Klamottenbilder. Da sind jetzt noch ein paar einzelne Klamotten, die ich nicht mehr in Schrank tue, weil sie schon dreckig sind oder die ich heute oder morgen anziehe. Und ansonsten ist hier der Boden frei. Die Küche schaut so aus. Hier muss ich noch abwischen, das habe ich vergessen. Stehen nur noch zwei Töpfe da. Hier sind die Sachen aus dem Karton im Gang, die ich aussortiert habe. Das bleibt noch übrig, nachdem ich noch einmal in der Wohnung zusammengesammelt habe. Ich habe allerdings schon zweimal gespült und Spülmaschine angemacht und schon wieder ausgeräumt. Viel zu tun gehabt heute. Das ist noch von meinem Mittagessen. Es gab Chili. Und hier erinnere ich nochmal an die Fläche, wie sie vorher aussah. Hier mit Pizza Zeugs und Crepe Maker und so weiter. Und auf dem Boden ist auch nichts mehr mehr als Dreck. Weil saugen muss ich noch. Das schaffe ich jetzt heute aber nicht mehr, weil ich noch was vor habe. Und ich habe ja heute schon viel aufgeräumt. So, das Ergebnis. Ich bin zufrieden. Sehr zufrieden sogar. So, und so schaut es jetzt im Wohnzimmer aus. Couch ist wieder schön. Hier liegen nur noch ein paar Kleinigkeiten rum. Das stört aber jetzt weniger. Ja. Und der Schreibtisch. Guckt euch den Schreibtisch an. Wuhu. So, und hier sind jetzt noch die Sachen, die ich aufräumen muss. Küche wegschmeißen, aufräumen, aufräumen. Und die Sachen werden alle weggeschmissen. Das ist alles nur noch Papiermüll. Das ist schnell aufgeräumt. Ich bin stolz auf mich. Ich habe es geschafft heute. Und Tierzimmer mache ich morgen. Wollte ich ausmisten. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, das mache ich jetzt heute nicht mehr. Ich habe schon genug gemacht heute. Ich habe ja einmal Spülmaschinen ausgeräumt. Zweimal gespülte ganzen Sachen aufgeräumt. Ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe. Oder die Veränderung habt ihr gesehen. Und Bad hat sich jetzt gar nichts verändert. Gibt es auch nicht so viel zu machen. Da muss ich erst das Ding richtig auswaschen. Und dann kann ich richtig Ordnung machen. Und wollte eher an einem anderen Tag nochmal putzen. Tschüss. GespronhOST Jesus Get her Untertitelung des ZDF, 2020